So, Moment, muss noch abhaken. So. Alter, was war das letzte Folge? Oh, Tornado. Guck mal, was für eine Wumme ich hab. Voll geil. Ey, Digga, 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 Digga. Guck mal. Guck mal, was ist eine Wumme. Oh, oh, Munition. Oh, ne dicke Gasus. Schön, Sie zu sehen, meine Herren. Wir sind wohl auf uns gestellt. Haha. Ja. Gaus-Munni, gut. Ihr Neger. Ihr Neger. Ein Schuss und die sind weg. Nein. Und... Au. Oh. Äh. Oh, ha. Ich bin halb tot. Alienwumme. Wumme. Geh weg. Alienwumme. Hahaha. Motherfucker. Ich gebe dir jetzt mit der Gasus den Rest. Ey, Nigger. Lass ihn mal. Bam. Voll weggesimmelt. Oh, fetter Tornado. Alles Gute. Bam. Alter, die geht ab, die Knarre. Reloading. Keine Gasus-Munie. Okay. Wo waren wir denn noch? Da haben wir noch. Au. Au. Let's get Raketenwerfer. Au. In your face. Hey, ich bin gleich tot. Nein. Boah. Krieg. Stirb, Nigger. Ach, Mann. Nigger. Hau. Kasus-Munie. Äh. Jawohl. Was ist mit dem hier? Der ist irgendwie... festgebackt. Heilige Scheiße. Also, der hier ist irgendwie... Also, der hier ist irgendwie... Die schießen alle auf den, aber der ist irgendwie halb tot. Ich weiß es nicht. Oh. Komm schon, wo ist der Dicke? Also, das hier ist echt... creepy. Tschüss. Tschüss. Geh da hin, wo du herkommst. Das wollte ich schon immer mal da. Alter. Bin jetzt grad los, ja? Geht mir alle auf den Sack. Hoppala. Noch einer. Okay, wir rücken euch das Tal ab. Haben uns. Alle mal raus. Gehen wir. Gehen wir. Ich nehm noch alles mit. Lomet, hier rüber. Nein. Wir rücken ab. Okay. Also, der ist doch irgendwie... Lomet, an das MG und sichern sie nach hinten. Aber so sehen die Viecher also aus. Schwingen Sie Ihren Arsch an das MG-Nomit. Vorwärts! Cool gemacht. Da, MG. Hm. Let's go to the Wildnis. Okay, jetzt geht's los. Diese Fähre sieht auch geil aus. Oh, oh. Und so sind wir nur noch die Zweite. 12 Uhr. Ciao. Ah, dein Motherfucker. Oh, oh. Du willst. Tschüss. Hä? Boah, warum muss ich hier so schnell überhitzen? Aus den abgestürzten Senkrechtstatern. Lieutenant, stellen Sie es durch. Mayday, Mayday. Hört mich jemand? Achtung. Aufstehen, Geld. Wir sind in der Nähe des Schlusses abgestürzt. Ich glaube, der Pilot ist tot. Wir sind in der Nähe des Schlusses abgestürzt. Zurücksturzstelle, No Man. J-Sog möchte, dass wir die Zivilistin da rausholen. Fahr schneller. Wir schicken Sie in der Maschine, die sie abholt. Alles klar. 12 Uhr. Ich bin gerade mit 4 Uhr beschäftigt. So hoch komme ich nicht. Oh, wie gemein. Hallo, holt mich hier raus. Hören Sie durch. Wir sind unterwegs. Höh. Öh. Scherzkeks. Ups. Der chillt da einfach nach unten. Boah. Ja, wir kommen. Wir kommen ja schon. Wir kommen ja schon. Polizei ist zwar schneller, aber pff. Die scannen da doch irgendwas ab. Ich bin dabei. Ja, 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 ja. Ich hab nichts gegen Neger. Ja, dann mach. Ich bin doch schon dabei, Neger. Verstecken sich deine Bäume. Ich bin dabei. Ja, 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 ja. Das ist okay. Mir geht's gut. Danke. Fah. Zu viel. Oh. Die verstecken sich in der Bäume. Nichts Geschütz. Warum schießt der nicht? Welches Geschütz? Das? Oh, ich wusste es. Ich wusste es, dass das Ding in die Luft geht. Ich wusste es. Ach nee, nicht noch mal. Hier hat Munition. Warte, man sieht auch so kacke. Das gibt es doch nicht. Noch ein. Der nächste. Ich wusste es. Die sind schnell. Ach nein. Jetzt bin ich schon früher ausgestiegen. Ach man, so ein Scheiß. Ja, jetzt. Oh, jetzt. Ich bin aggressiv. Mir geht's gut. Danke. Warte. 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 Ah, jetzt muss ich mich grad mal ein bisschen konzentrieren, wenn wir mal hier weiterkommen wollen. Wir ran an das Geschütz und gehen wir aus Steikhoff. Ich hab keinen Bock auf Geschütz. Es geht mir so leicht in die Luft. Du willst mich doch jetzt verarschen. gut. Gut. Dann machen wir mal einen Folgen-Cut. Und sehen, wie es in der nächsten Folge weitergeht. J Jenni. Ja.